Welche Ernährung ist jetzt die beste? Low Carb, High Carb, was gibt es noch? Ketogene Ernährung, Nordic Diet, was auch immer, wahrscheinlich bist du auch so ein bisschen durcheinander, aber unser Ernährungsmediziner Nils Schulz-Rutenberg wird dir auf dem FIBO Power Symposium am 13.04.2018 auf der FIBO Messe genau erklären, was ist eigentlich Stand der Dinge und vor allen Dingen ganz wichtig, nicht nur aus der Theorie, denn Nils hat ganz viele Gruppen bei sich, beziehungsweise Menschen, die in seiner Praxis abnehmen, zunehmen, gesünder werden, was auch immer und wird auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ich freue mich drauf, bis dahin schöne Zeit, 13.04.2018 im FIBO Power Symposium auf der FIBO und ich werde der Moderator sein, bis dahin, tschüss, tschüss.